des Abgeordneten Fahne. Vielen Dank, Frau Präsidentin, dass Sie das zulassen. Ich will es ganz kurz machen. Ich finde es sehr gut, was Herr Lauterbach am Anfang gesagt hat, wie wichtig das ist, sich um die Pflege zu kümmern. Dann weise ich Herrn Lauterbach aber auch darauf hin, dass das Entscheidende ist, dass wir für die Pflege etwas tun und für die Menschen etwas tun. Aber was ich sehe, ist, dass jetzt 15 Milliarden Euro für Munitionsbeschaffung in die Ukraine fließen. Dann machen Sie doch mal was für unser Gesundheitswesen. Dann machen Sie doch was für die pflegenden Menschen, für unsere eigenen Menschen im eigenen Land. Das war es. Vielen Dank. Darauf wollte ich nur hinweisen, weil das mich langsam herrgerlich macht. Vielen Dank, Herr Falle. Eigentlich müssen Sie sich auf den Vorredner beziehen bei der Kurzintervention. Möchten Sie darauf antworten, Frau Kleinschmeink? Nein. Vielen Dank. Dann gehen wir weiter in der Debatte. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Martin Sicher.